Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Und ich muss generell erstmal rausfinden, wo ich hier eigentlich stehen geblieben bin. Ich weiß, ich habe dieses riesen Ding gebaut, das mir aber schon ein bisschen auf die Nerven geht, weshalb ich am liebsten was anderes machen würde. Schauen wir doch mal, was hier los ist. Kann ich hier noch irgendwas forschen? Alienorganismen, dafür brauche ich Quarz, Quarz. Okay, also wenn ich weitermachen will, dann wäre doch Quarz eine super Idee. Scheiße, böse. Ja, wäre es. Habe ich schon irgendwie... Kannst du auch rennen? Ah, falsche Taste. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in dem Spiel hier schon eine Gasmaske gebaut habe. Ja, und da war der ganze Weihnachtskram dann. Kann ich das noch bauen? Weihnachtszeugs? Ne, ich meine es vorbei, weil... ...die ganzen Schleifen auch alle weg sind. Na gut, okay. Ist ja auch klar, Weihnachten ist ja auch schon lange, lange vorbei. Also eine Gasmaske habe ich noch nicht. Mein Bild ist gerade ausgegangen. Gefällt mir überhaupt nicht, aber es ist zum Glück nicht in der Aufnahme. Also ich kann Gasfilter bauen, also habe ich bestimmt auch eine Gasmaske. Hier ist der Zünder für Explosionen. Also für Bomben. Cool und so. Da ist er. Elgasus Mascos. Okay, ich werde dafür mal... ...Zeug wegräumen. Zement brauche ich. Brauche ich Platten? Ne, ich will ja eigentlich nur eben... ...ein bisschen Quarz holen. Na toll, die Kiste ist voll. Okay. Gewehr und Munition brauche ich. Ein paar Schrauben kann ich auch mitnehmen. Ist nicht so wild. Aber die Gasmaske und die Filter, das ist voll wichtig. So, die Sprungsschienen packen wir da unten auch hin. Zement werde ich brauchen, um da hinzukommen, wo ich hin möchte. Ich brauche noch mehr Zement. Wir gehen jetzt auf eine Mission. Und zwar auf die Mission Quarz. Hallo. Mission Quarz. Okay. Ich habe eine... ...die Kettensäge. Ich habe davon welche. Ich habe die Pengdole. Okay. Okay. So then, let's go on an adventure. An adventure. Yeah. Ich meine, den Jetpack trage ich jetzt. Ach so, warte mal. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin... ...dann ist es vielleicht schlau, das zu tauschen. Yay. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich weiß, es gab hier Quarz. Und ich glaube, ich muss dafür... Hi. Ich glaube, ich muss dafür... ...in diese Richtung. Ich glaube, es war... ...in diese. Zu 100% bin ich mir aber auch nicht sicher. Ich weiß nur, dass es mit diesen... ...Füßen hier echt schnell geht. Nee, doch. Ich glaube, ich bin richtig. Oh, toll. Genau mit denen wollte ich mich jetzt nicht anlegen. Ich versuch's mal mit Weglaufen. Oh, shit. Hä, ich bin grad gegen diese Pflanze? Okay. Oh, shit, boys. No. No, no. Don't want to play with you yet. So. Oh, shit. Als ob. Tschüss. Ich hab mich fast da runtergeschmissen. Was für ein Arsch. Naja. Da oben. Hinter dem Gift. Da ist Quarz. Das weiß ich. Weil ich das schon mal herausgefunden habe. Und jetzt... ...werde ich mir... ...der Monitor ist aus. Nicht gut. ...jott. Jott. Hör mal auf. Hm. Jam, jam. So. Ich hätte jetzt gern... Wo sind denn, wo sind denn die Treppen? Möchte mir das Spiel gerade erzählen, dass ich Treppen erst freikaufen muss? Hm? Are you serious? Ich habe die Monorail freigeschaltet. Die Monorail, aha. Hm. Ja gut. Was wäre denn eigentlich, wenn ich hier, was will er? Noch zwei Rotoren benötigt. Noch Eisenplatt, na okay. Okay. Also warte. Für. Für.